Ich hab die da oben auf dem Dach, wo ich hier das tue. Auf dem Dach? Ich hab'n gesehen, wo das ist. Einer ist links, der andere rechts. Oh. Ey, wir mussten ja nicht lange warten, ne? Mhm. Achso, jetzt. Gehen wir doch gleich direkt, oder? Bis am nächsten. Ja. Oh, ne ganze Woche nicht gezockt. Ja, deswegen hoffe ich ja, dass die scheiße Erkältung jetzt langsam mal... Oh, Vorsicht auf dem Dach. Fliegen. Okay, soll ich abknallen? Wo ist denn das? Eine Fliegenschlampe. Ähm, wo lang? Ja, gleich hat's ja nicht entdeckt. Ach, ich geb' hier einen. Die ist im Arsch. Oder? Was? Wo? Hast du eine andere geschossen als ich? Ich glück die da oben auf dem Dach, wo ich hier das tue. Hm, auf dem Dach. Das wird ein Gemetzel. Zack. Zack. Ey! Den hab ich immer verfehlt. Oh, da fett zack. Ne, das wird kein Gemetzel. Da fett zack. Wo bist denn du hin? Wo bist du hin? Ach, da. Ich bin ja über den Zaun gesprungen. Ach so, ich bin da hinten durch die Dinger. Na hier ist es doch gleich bei uns. Ah! Wir haben gesehen, wo er ist. Okay, warte. Ich muss mich erholen. Scheiße. Ah, ich hab ja Medipack. Halt durch! Fall nicht um. Ich heile mich. Äh. 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 Ich verschwende nochmal eins. Äh. 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 Sack. Wollen wir ihn umlaufen? Ich weiß nicht. Wo war er denn? Da hinten, wo ich jetzt gerade hinziele. Da hinten habe ich es aufgeblitzen sehen. 300. Was? 300. Ui. Ey, wo ist das Ding? Jetzt kam er auch eindeutig von der anderen Seite. Ah. Komm mit. Hier hinten war einer. Naja. Ich bin auf der anderen Seite. Mit dem Zaun. Komm mit. Hier hinten war einer. Naja. Ich bin auf der anderen Seite. Mit dem Zaun. Boah, fuck. Du hast einen auch gekriegt, habe ich gehört. Boah, ja. Aber wie? Ich bin ja tot und tot. Scheiße. Warte, ich hole dich. Ja, pass auf. Der zielt irgendwie von hinten. Die sind zu zweit. Der ist um der Seite. Ja. Und der ist links, der andere rechts. Er hat mich. Ui. Ui. Gibt es hier ein Medipack? Ja klar. Schieß doch. Vom wo auch immer. Vom wo hat er jetzt hießt? Alter. Wo schießt denn der? Fuck. Der ist draußen. Da wo du rein bist. Okay. Da ums Eck. Der ist glaube ich von oben runter. Der hat von oben auf dich geschossen glaube ich. Wieso wirst du jetzt noch rumgegangen? Wieso wirst du jetzt noch rumgegangen? Zauber. Boah, mich wirst du nicht mehr retten können, oder? Nein. Mist. Darauf hat der andere Sack nur gewartet. Ja, dass du raus gehst. Schade, schade. War ganz lustig. Der andere war, wir sind doch von frei und ich habe mich hinter der Wurzel versteckt. Und der ist draußen vom Dach runter. Also wenn du raus wirst gleich links, da ist einer gestanden. Aber ich dachte das war jetzt der, den du umbietet hast. Ja. Der Sack hat gewartet, dass ich die Treppen runter komme und ich bin hinten durch so noch runter gesprungen. Ja. Aber du hast es ja gesehen, oder? Ja. Ja, das war die Verzweiflung. Ja, das war die Verzweiflung. Ja.